So, äh, Bäuschen rum, so, tut 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 tut, ist ja immer noch nacht. So, ich krieg keine Herzen mehr dazu. Ah, es wird schon wieder Tag. Habe ich dir eigentlich mit der Piste was abgezogen? Ähm, na ne, ein Herz vielleicht. Ich hab auch eigentlich ein bisschen was auf dich drauf geballert. Hey, hey, Tarko geladen und entsichert. Nein, an dir will ich das nicht testen. Blockschaden! Oh! Ups! Sei froh, ich hab's nicht in deiner Base an dir getestet, Tarko. Ja, ich bin froh. Hä? Hä? Ist dir schon ein Unsichtbarer dabei? Ja. Böse! Der Unsichtbare, das ist ein kleiner Popelzwerg. Ja, das ist ein kleiner. Au, ich bin im Wasser. Wow! Mensch, Mensch, Mensch. Was hat die Munition jetzt eigentlich gekostet? Drei TNT, ein bisschen Eisen-Sheets und, ähm, Gunpowder. Na gut, für die Explosion ist drei TNT eigentlich irgendwie verteuert gewesen, aber ein bisschen Damage war's doch auf jeden Fall. Oh, ich muss jetzt, ich muss eben im Nether. Überlebe ich zwar eh nicht, weil ich ich bin, aber... Geht ja nichts. Okay, meintest du ja eh, bringt nichts. Ne, bringt auch nicht bei den Viechern. Aber komm, ich musste da ohne euch. Und ich muss immer noch da rein, XP-Farm. Na gut, das musst du nicht, das möchtest du. Das ist die einfachste Methode dort. Ja, Villager, einfach die ganze Zeit traden. Ja, so viel Trade-Zeug hab ich nicht. Und so viele Villager nicht. Wobei, warte mal, doch, ich kann mit den Geldmünzen traden. Was? Der eine, der tradet doch Geldmünzen. Ich glaub, da gibt's auch XP raus. Der eine tradet Geldmünzen? Ja, die, die du hier kriegst aus den Geldsäcken. Warte mal, das teste ich doch jetzt mal. Für was? Für Garten, äh, für Emeralds. Ach so. Äh, die kann man nicht zurückcraften. Die könnte man da zurückcraften. Die, ich brauch nämlich die Quarta dafür. Nein. Ach du, Trade ist welche für Emeralds. Ja. Ich dachte, für Emeralds kriegst du das Zeug. Nein. Äh, das bleibt da drin. Nee. Arschbombe. Mal gucken, ob das XP gab. Welcher waren das? Nee, du nicht. Du hier. Ah doch, gibt XP. Du heilige, ach du heilige, ach du heilige. Gibt sogar Ont XP. Holy shit. Einfach mal ein Stack und 51 Emeralds getradet. Wie kommst du da runter? Ich hab da nen Gang gebaut. Der führt zu den, äh, führt in diesen blauen Wald rein. Und da kannst du dann auf den Baum springen. Du hast dir ein paar mehr Gänge gebaut. Ja, du musst dich richtig suchen. Ich war zu faul, die wieder zuzubauen. So, okay, das Quest-Ding ist komplett completed. Ähm. Ach, warte mal, ich seh, ich hab hier Reinforced. Hier ist noch ne Quest, die ich nicht fertig machen kann. Oder fertig gemacht hab. Seh ich jetzt erst. Underside Casing Reinforced. Wie mach ich denn das? Äh, that's great. Anderside Casing, Brass Casing. Nein. Heavy Reinforced ich denn das? Einfach nur das Casing bauen. Es gibt ja zwei verschiedene Arten der Casing. Einfach nur das zweite bauen. Also das Brass Casing, gut. Das krieg ich gerade so noch hin, wenn ich ne Holzlok hätte. Ja. Ja, den hab ich noch nicht. Den muss ich mir erst mal holen. Und hier. Mob Loot raus. Mob Loot raus. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Gut. Äh, so. 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 Da fehlt ernsthaft so ein Brass Teil. Nein. Ich hab jetzt alles an Brass verballert. Ja. So. Ich muss erst mal Brass herstellen. Äh, Kupfer und Zinn war das. Ist das ein Zinn? Ja. Zink. So. So. Das heißt, ich muss das wieder anheizen. Da unten. So. Äh. So. So. Genau. Muss ich bald wieder Lava besorgen. Wo? Ich hab immer noch hässliche Köpfe im Inventar. Weg damit! Äh, hm 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 hm. Kann man sonst nichts weiter essen, was ich habe, oder? das hier vielleicht noch ich glaube davon habe ich mir die herzen tatsächlich schon geholt ich verstehe das nicht wie viel hast du jetzt aktuell wie hast du das hingekriegt durch die pilze die habe ich schon gegessen ohne ende da ist nichts passiert bei mir da ist es halt bei mir passiert ist ein bisschen fies wieso klappt das bei dir aber bei mir nicht vielleicht war ich in lebensbedrohlicher situationen nach deiner theorie was weiß ich am arsch bist oder man kriegt das als belohnung fürs lange überleben erst glaube ich nicht was steht bei dir neben den herzen zweimal dreimal viermal fünfmal zweimal ja und was ist das für hast du auch so ein rotes bobbel ding zwischen herz und rüstung ok das habe ich auch alles das ding gib mal her so ich habe es gebaut questlich habe die questlich bekommen also das brass casing ist es definitiv nicht daco das brauchte ich auch schon mal das hatte ich also schon mal gebaut und das muss man jetzt abkühlen habe ich gedacht ich habe mich halt an dem blog orientiert der darf gebürt die quest nicht aber kann man das dann abkühlen was du das versuch das sind zwei unterschiedliche rezepte diese casings es ist einfach nur das normale hande seiten einmal das brass casing es gab schon mal in dem es gab schon mal ein blog den du einfach recht hast du hast ja mit den alten casings sachen hergestellt kann man die aber ich habe das ja alles schon mal dann stelle ich jetzt das copper casing einfach noch mal her einfach alle an der stelle ja klar ich brauche ein schädelstil ach du scheiße chromatic compound superheated ach du auch schon wieder holzloks jetzt nehme ich gleich ein paar mehr mit okay interessant das heißt ich darf gleich zum blaze spawner wenn ich die quest hier nicht hinkriege goal reach copper casing was in dieses zeitalter habe ich schon lange erreicht ja dann sagt mir doch wieder dass die renforced die renforced quest hinbekommen hast die habe ich nicht aber das zeitalter habe ich schon lange erreicht ja ich habe das erste mal jetzt die copper casings hergestellt weil ich die nie brauchte shadow und radiant casing gibt es noch radi reinforced radiant chromatic compound power red obsidian okay obi habe ich noch dort stellen wir uns jetzt her es kann doch nicht so schwer sein scheiß easy debris zu finden doch ich habe es auch bloß aus glück gefunden ich habe betten vergessen ach keine durst wein meiner ich habe die picker ohne wahn war noch mit ja gut äh slimeboards brauche ich jetzt erst einmal nicht also bei mobblut rein die weins brauche ich auch nicht da rein die wolle brauche ich auch nicht da rein gunpowder behalte ich mal sand brauche ich nicht und den ein stone slab brauche ich auch ich lampen brauche ich auch nicht mehr sagen da haben wir 21 power red obsidian schön dann brauche ich dafür noch klostein dust und superheated das heißt eine blaze cake das heißt ich brauche jetzt den sprout und irgendwas anderes okay das wird immer besser hier das wird immer besser ich gehe erstmal blaze farm ganz ehrlich die brauche ich jetzt das das bevor ich jetzt aber da runter gehe der pilz hat sich vermehrt das ist super Ich hätte gerne noch ein Schwert mit Looting tatsächlich. Da macht das Farm mehr Spaß. Mist. Mist. Ich brauche mehr Villager. Ah, ich weiß, ich könnte die mit Kartoffeln Pimpanassen. Aber mache ich das? Ah ja, komm, ich habe hier anderthalb Stacks. So. Hi, Bienchen. Brot. Kartoffeln. Kartoffeln. Ich höre nicht aus. Da ist das. Das leckt gerade. Die laufen wie Zeitmaschinen durch die Gegend hier. So, dann brauche ich noch ein Bett. Oder besser gesagt zwei da drinnen. Und ich brauche Bookshelves. Kann ich mal die Bälle zurückschießen, weil sie zu leckt. Ja, dann machst du gerade irgendwas Beschissenes, weil ich bin die ganze Zeit nur der Base. Ja, ich habe doch gesagt, dass ich das bin. Ja, dann hör doch auf damit. Lass dich einfach töten und dann leckt es nicht mehr. Das ist die einfachste Methode, dass es aufhört zu lecken. Ja, du könntest auch den Server verlassen. Und dann würde es trotzdem lecken, weil bei dir erstmals gerendert werden muss. Außerdem bevor ich den Server verlasse, stoppe ich ihn vorher. Naja, weißt du doch. Wenn ich aufhör zu streamen, stoppt das so. Ausnahmen bestätigen die Regeln. So. Aster? Also der letzte Anhängsel war der ernst gemeint? Was? Ausnahmen bestätigen die Regeln? Ja. Ja. Das muss ein guter Grund sein. Okay. Ähm. Ich habe keinen Platz in meinem Haus. Loll. Öp. Hey, warte mal. Das muss ich jetzt testen. Das ist ja mal geil. Ich habe ja aus Versehen komplett Fire Resistance auf meine Rüstung. Ja, was heißt aus Versehen? Ist halt passiert. Ähm. Bekommen. Und äh. Ich krieg keinen Feuerschaden mehr. Das hätt ich dir auch vorher sagen können, dass das so ist. Ich hab das halt noch nie gemacht. Warum auch? Das hätt ich dir auch vorher sagen können. Deswegen machen das ja viele, die unter Tage farm gehen, äh, tun sich einfach noch Feuer Resistance auf die Rüstung machen. Falls sie nämlich, äh, einen Block abbauen und aus Versehen auf Lava treffen. Dann hat man halt mehr Rüstung, ja. Na klar. Ähm. Ich wollte zum Blaze Spawner tatsächlich. Aber es ist grad Nacht. Das heißt, Darko ist, äh, nicht in der Overworld. Ich kann pennen. Äh. Ich bin in der Overworld. Dann leg dich hin. Also craft ich mir noch ne zweite Rocket Launcher-Granate. Du müsstest mir irgendwann mal in ne Festung zeugen. Ich hab mich grad dummer dusselig gesucht. Die große Karte einfach nutzen. Da wird dir alles angezeigt. Ja, haha. Da, ich muss wieder aufdecken. Ja, ich bin halt an Ena vorbei gerannt. Da wird ordentlich was auf der Karte aufgedeckt. Also wenn du da in der Nähe bist, regt das schon vollkommen aus. Puh. ования in japanen Diese Sweet Berries, die Pics und den Bären, oder? Nein. Ich bin jetzt das erste Mal unterwegs zu den Blazers. Die haben gerade Vorrang, ich brauche so haufenweise davon gerade. Ich hätte rohen Fisch mitnehmen sollen, ich habe gerade einen Bär gesehen. Oh je. Ja, musst du auch noch tellen. Warum ist denn da ein Ofen drinne? Hä? Hast du hier einen Ofen bei den Blazers reingestellt? Nö. Okay, dann hole ich das vielleicht. Ich habe aber auch nicht auf den Ofen geachtet, dass wir da stehen. Nein, es leckt doch nicht rum. Nein, das ist nicht. Ich bin nur genug. Hallo. Tief. Also eigentlich dürfte es nicht lecken. Die haben halt ein bisschen durch die Gegend geleckt. Die Schweinebacken. Ey, ich freue mich zwar über ein String, aber ich möchte einen Fisch angeln. Ah, Perfekt. Oh. Erstrot. Natürlich muss jetzt hier drinne so ein Fies bohren. Ey, komm. Nein. Auf. Nein. Nein. Ich habe Spaß. Ja, weil ich die ganze Zeit brenne durch die Legs. Die Viecher keinen Damage kriegen, ne. Ich habe vor allem dort gar keine Legs mehr. Ich würde es aber auch nicht beschreiben. Nein, jetzt habe ich Weinminder genutzt. Weinminder auf ein Schwert wäre eigentlich auch ganz geil. Was, ist das schon alle Mobs in der Umgebung? Schön. Nein, schon. Och, Mann. Sneak doch beim Abbauen. Äh. Äh. Feuertickets an. Warum? Ich habe nichts umgestellt. Ja. Geschweige denn, war es jemals aus. Ja. Ich habe das ja getestet bei mir hinten im Wald. Hier brennen gerade die Bücherregale ab. Ja. Ja, oder? Das Feuer, also verbreitet es sich aus oder auf? Ja, es verbreitet sich. Ja, da ist Feuerticket da. Hängt mit der Difficulte vielleicht zusammen, dass das automatisch umgestellt wird. Ja. Oh, dann darf ich jetzt erstmal hier gegen Zombies kämpfen. Geil. Ja, darum bin ich da auch rausgeflohen. Ich habe es noch nicht geschafft, das Zombies sicher zu bauen. Ja. Muss nur ausleuchten hier dran. Ja. Und die kamen von der Etage hoch. Ja. 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 Hier, Rindfleisch. Nein, und ich hab wieder Wein meiner genutzt. So, jetzt hab ich erst meinen Spawner ausgeleuchtet. Das will ich nicht in unsere Schäde. So. Ja, aber wirklich. So, jetzt aber. Einfach nur hier oben die Decke wieder reinziehen. So. Hier müssen wir unbedingt noch Türen rein. Ich baue jetzt hier, just for fun, noch so einen kleinen Raum. Da muss da nur noch eine Tür hin. Da kann man sich immer safe stellen. Und die Spawnen trotz das ausgeleuchtet ist nice. Was? Hast du den Spawner von allen Seiten ausgeführt? Ja. Okay. Dann, keine Ahnung warum. Oh, die Spawn ist wieder mitten in meiner Gusche. Ja, die ist unsichtbar, hast du recht. Ja, die ist unsichtbar, hast du recht. Die Familie ist unsichtbar. Die, die hier drinnen gerade gespawnt ist, war auch. Leck mich am Arsch. Warte. Gib doch nen Trick. Da bin ich wieder. So, ähm. Raum ist safe? Ne, hier außen spawnen wir jetzt. Da dürfte tatsächlich gar nichts spawnen, denn ich habe eine doppelte Mauer hier. Ne, drunter. Drunter an der Seite übers Eck. Ah, okay. Falls die Erklärung jetzt nicht zu komisch war. Äh, so. Da in die Ecke ne Fackel, da in die Ecke ne Fackel, da in die Ecke. Habe ich nen Eimer dabei? Ne, scheiße. Doch schon wieder hier draußen. Oh. Äh. Hier mal Türen, das ist nice. Hast du nen Eimer dabei? Äh, nö. Scheiße. Äh. Fackel, Fackel. Ich will das Wasser noch umsetzen. Äh. Ich würde das gerne hier hinter in die Ecke placen, ne. Äh. Habe ich Holz dabei? Ja, habe ich. 1, 2, 3, 4. Bauen wir mal Baublöcke. Hm. Oh, hier war noch ein Blaze Spawner. Habe ich gesehen. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Du schießt schon immer wieder eine Blades? Was war denn sie gerade? Ah, hier. wir müssen die wand da wo der spawner ist von hinten vielleicht noch mal eine dritte schicht einziehen ja ich bin gerade beim gesamten gebäude zugange weil ich jetzt hier so einen kleinen fünf mal fünf raum gemacht habe ja auch rechte aus natürlich muss jetzt auch noch ein zombie abgebaut habe ich bin gleich wieder da und eine fackel weg ist ernsthaft brauchst nie ich habe ja hier so ein zwischenraum ich zieh mir ja überhaupt nichts ab mit dem fire damage ja dir nicht mir schon deswegen meine ich ja sag verscheid wenn sie zuviel wären ich habe gerade mal zehn rotz und schon wieder eine bandage ich krieg keine rotz mehr ja das reicht dann kannst du jetzt erstmal fahren du wirst auch so ne äh äh wie kommt der villager hier wieso ist der villager bei mir drin ich habe zwei babys und der eine villager ist einfach bei mir im haus ja wie ist der rausgekommen ja ich weiß es nicht ey wieso ist dieser kacksteleporter schon wieder bei mir an der mauer ey willst du mich verarschen villager Warum steht hier eine Ma... Der baut... Der hat das hier gerade gesetzt, der Villager! Der hat sich da rausgebuddelt, oder wie? Durfte eigentlich gar nicht sein, weil... Dann müsste da drin ja was sein. Der rausgebuddelt und wieder hingestellt. LOL! Was ist denn mal cool? Ich wollte fragen, ob du ein Pumpkin hast. Ui, da muss ich gucken. Äh, da. Und deine Mauer bewuchert. Ich weiß, weil du immer die Mainzer braucht. Muss reinkommen. Der liegt vor der Kiste. Alter, da fängt der auf einmal an hier zu bauen, der Knallkopf. Ist das geil? Ja, geil ist es schon tatsächlich, aber... Wenn dann halt schöne Häuser dabei rumkommen, das würde mir sehr helfen. Ich denke mal eher bloß, der wird sich eine Mauer bauen, damit die Zombies nicht an den rankommen. Aber lol! Das ist mal eine geile Erweiterung. So, den Eimer bei ich jetzt immer hier im Gepäck, genau. So, so ein... Äh, 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 äh... Ja? Ist mal verrottetes Fleisch. Das hat mir jetzt die Zehnerherzen gegeben. Naja, kann ich jetzt nicht essen. Ich hab keinen Hunger. Ich hab grad das Kuhfleisch gefordert. Oh Gott, schon wieder Pausezeit bei mir. Äh, hier das da. Da brauch ich Iron Bars. Hammer hier. Dank der Häuser. Zwei Stück davon. Und eins erstes Mal mit Blaze umrunden. So. Kommt das nämlich hier drunter. So. Äh, die Mechanical Crafter baue ich jetzt erstmal wieder auf. So. Mechanical Crafter? Ja. Ach, Mechanical Crafter. Ich war grad schon wieder bei Chemie, Dingsbums, altes Modpack. In der Schublade gelandet. Okay. So. Na, ich muss sie erstmal wieder in Ausgangsposition hier bringen. Nein. So. So. Genau. Dann. Dann. Dann, 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 dann eine Reno. Ich wollte... Diesen Blaze Kuchen. Brauche ich. Weil ich hier dieses Reinf... Dings da das Shadow Casing machen will. Super Heated. Blaze Burner hab ich und ne Blaze Cake. Dazu brauche ich den Sprout. Ähm. Da ist er. Dazu... Kann ich den nicht schon so bauen? Ne. Dazu brauche ich das. Dazu brauche ich das. Dazu brauche ich das Copper Casing. Und... Rotes Glas. Dass ich erst alles in Scheiben umgecraftet habe. Weil man Scheiben braucht. Und jetzt brauche ich ganz normales rotes Glas. Muss ich meinen Bienen wieder ne rote Blume klauen. Und ich hab hier ne hässliche Katze rumrennen. Das wäre echt langsam geil. Und ich hoffe jetzt, dass ein Looting und ein Mending Villager dabei sind. Bei den ich gemacht habe. Immer noch keinen Farmer? Nö. Warum? Nö. Warum brauche ich den Farmer? Ich brauche den nicht. Ich brauche zwei Emeralds. Warum? Also, Darko. Emeralds werden überbewertet. Ja. Ich habe vorhin erst ein Stack und 51 getradet. Ich habe hier zwei Stacks und 52 Emeralds. Möchtest du zwei Emeralds haben? Nur durch das Traden mit... Librarians? Mit dem Geld-Traden halt. Na klar. Ach so. Ah, okay. Darko. Hier vor meiner Mauer Tür. Eins. Zwei. Ich muss mein Schwert nämlich ab und an reparieren. Diese Glastüren passen da rein. Ich bin zu faul ein großes Tor zu bauen. Das kommt erst wenn ich ein Auto habe. Und das wird auch bald kommen. So. Und ich... Mein Projektziel ist es eigentlich 100 Herzen zu haben. Das kriegst du gar nicht hin. Mödo. Wie willst du das hinkriegen, wenn es nur 20 gibt? Oder hast du... Ich weiß es nicht. Ich bin grad 21. Ja, schön. Ich nicht. Aber... Die haben wir hatten vielleicht gefordert? Ne, ich habe keinen Hunger. Momentan. Na gut. Ja, übrigens habe ich jetzt zwei von diesen komischen Bobbles. Über den Herzen und unter der Hose. Ich weiß nicht was die angeht. Ich weiß ohne was das ist. Ich weiß ohne was das ist. So, da haben wir das Sprout. Jetzt brauche ich noch so ein Holzbasin drunter. Gut, habe Fluid Interface. Ne. Ähm, hier das Depot war das glaube. So, das Ding wird von wo? Von nirgendwo. Okay. Das kann ich einfach so hinstellen. Passt. Ähm, was wollte ich jetzt für ein Zeug herstellen? Das da. Im Mixer. Genau. Aber ich brauche den Blaze Cake. Dazu brauche ich den Sprout. Genau. Und dieses Depot. Genau. Das kann ich instant machen. Da haben wir es. Wenn ich das nicht bestimmt schon irgendwo habe. Aber egal. Äh, da. Da. Da müssen dann Flüssigkeiten rein. Jetzt brauche ich dieses Cake Teil. Das mache ich aus Cinderflower, Zucker und Ei. Ne. Der Wreck crushen. Passt. Hab ich noch was. 48. Ich mache 24 kleine. Und da haben wir das Zeug. Ähm. Das kommt alles in den Mixer. Der unten schon wieder alles aus ist. Toll. Kann ich das nicht mit ner Fluid? Äh. Müsste kaum gehen. Ne Fluid Palpen Meter legen. Wenn das wirklich wäre. Ja. Ne. Aber von ner Lava Quelle vielleicht. Keine Ahnung. Ja. Also mein. Ja. Klar. Es geht ja auch in den Keller. Oder unten. Die Lava Quellen. Ne. Aber ich habe gedacht. Es gibt Mechanical. Es gibt Mechanical Drill. Ja. Ich weiß. Du kannst Chunkweise abbauen. Das wollte ich dir ja nicht verraten. Oder sollte ich dir ja nicht verraten. Ähm. Ja. Was wollte ich jetzt machen. Eigentlich eine Pause. Das hier. Ich brauche ein Ei und Zucker. Was be your guest? Ja. Ich habe ein Bienen Stingsbums hinter meiner Base hier abgebaut. Äh. Nicht abgebaut. Mit so ner Flasche. Betatch it. Hinter. Du hattest hinter dem Haus Bienenester? Heid ganz verdutzt. Was wolltest du mir jetzt erzählen? Hast du irgendwas angefangen zu reden? Ne. Auch da. Muss in der. In die Stampfmaschine. Wo. Das komische Ding drunter ist. Ich du. Das Ding. Ne. Ich habe nichts verstanden. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Ich habe nur wieder was Falsches abgebaut. Mit der falschen Ecke. Du lernst es auch nicht mehr. Ne. Du auch nicht. Ja. So. Stamferino. Ein Zucker. Ein Flower. Ein Ei. Boah. Es dauert ja ewig. Und da habe ich das Cake Basin. Blaze Cake. Ich brauche Lava. Und das Teil. Das kommt bestimmt da drauf. Kuchen Basin. Und Lava habe ich noch. Das ist ein Kuchen Basin. Ja. Ich brauche den Blaze Cake. Äh. Wie mache ich denn die Lava darin? Gibt es so eine Art Tank? Es gibt einen Tank. Der nicht funktioniert. Ich warne dich. Außer du weißt wie. Aber ich habe es nicht aufbekommen. Gut, dass du vorgewarnt bist. Au. Au. Hä? Ach komm. Hör doch mal auf zu brennen. Äh. Hä? Wie soll ich denn da Lava reinkriegen? Ja. Ich habe keine Ahnung. Halt. Wo habe ich jetzt die Facke gesetzt? Da oben. Oh. Ich fack dir mal. Das wird so viel damit. Okay. Oben drauf geht es auch nicht. That's great. Ich mache erstmal ein Päuschen. Und dann. Äh. Dann bin ich gleich wieder da. Rockstar dancer. Till I drop. My life is a party. My home is the club. My stage is the dance floor. But it never stops. Und dann.